mir ist schon hier durchgebreitet damit ist ja nichts mehr und hier ist ausgang hier oben müssten noch kisten sein wenn ich mich nicht als ausgang ach so aber ich nicht voll wo bist du hast du bist noch nicht ich habe gerade mal drei vier sachen da ist noch eine kiste unten hatte mal wo ich brauche sauerstoff ja nehme ich jetzt und diese ganzen nicht ganz was leitern führen alle wieder nach oben und immer mal jetzt rum rennt ja ich bin jetzt ja auch weil ich habe nur eine von den leitern runtergehen da war ich doch ich bin doch gerade eine hochgeklettert du musst die leiter runter was bewässerung auch nur ganz kurz wo die anderen zwei mädels sind ja ich bin noch hier noch hier oben aber hier ist auch jetzt nichts mehr ich muss so gucken welche leite jetzt runter kommt war nämlich noch eine kiste ist aber keine mehr hier ist nichts mehr dann gehen wir runter ok 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 wir sind vorne runter gekommen okay moment 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 ist raus oder was ich weiß ja noch was darum Hier kommen wir nicht lang, oder was? Bist du nicht bei mir geblieben? Doch, doch, ich bin hier. Ich glaube, die anderen Sachen finden wir erst nachher, wenn wir die aufmachen. Genau. Mit der Sicherung. Ja. Also das können wir jetzt hier noch nicht viel mehr finden, oder? Nee. Das, was ich habe, kann ich auch so mit ausnehmen. Ich habe ja fast gar nichts. Ich habe ein ziemlich volles Inventar. Wir sind doch, sind wir nur eine Richtung gelaufen? Ja, die andere Richtung war dicht. Ach so, okay. Aber ich will noch mal nach Obsidian und so was gucken, ob wir hier noch was finden. Ja, ja, guck mal, ich suche auch immer noch den... Die Höhle, ne? Ja, ja. Ja, ja, genau, die Kiste halt. Ich guck mal, ob ich das jetzt... Ich habe einen Baum gefunden. Deni Folia Baumsamen. Cool. Sehr gut. Dann haben wir ja schon was für unseren Baumstreuer dann. Ich habe die andere Stelle mit dem Obsidian gefunden. Na toll. Berg? Ja. Ja. Nein, die andere, den anderen Berg da. Was kriegt ihr mal hinterher? Da waren wir doch vorhin. Nein, hier ist das andere Obsidian, da waren wir nicht. Nicht? Bist du sicher? Ja, sonst wir hier nicht mehr so viele Obsidian, oder? Oh, hier liegt Superlegierung. Ja, deswegen nämlich, hier liegt mich noch alles gut. Oh, Alina, wo bist du? Ich habe ich Ihnen auch eine Ahnung. Was? Du bist aus dem Lava, der geht raus. Ja, ich weiß. Darf ich mich auch mal aufschauen? Ja, aber ich habe nur gedacht, du bist nicht so. Oh, höll ich. Das ganze Zeug der Ausladen in die Schränke, damit ich die Obsidian und die Superlegierung mitnehmen kann. Eine Hölle? Du hast die Höhle gewonnen. Warte, nicht, nicht, nichts machen. So. Ich bin vor allem voll. Das ist ja der Witz an der Sache. Nichts machen, wir wollen die Höhle sehen. Welche Höhle ist das denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Äh, also ich fliege zurück zum, zum Schiff, Manu. Weil ich suche die ja auch. Dann kann ich euch auch gleich die andere, die andere Stelle mit dem Obsidian zeigen. Ja. Ja, noch eine. Hast du die, hast du Material für eine, für ein Leuchtfeuer? Nein. Ich bin voll, ich fliege jetzt erst mal zurück. Aluminium, Titz, ja, haben wir doch. Aluminium. Lass mich doch einfach mal ausladen. Du? Manu, wo bist du? Ich komme halt zum Schiff. Ich hatte eben. So, warte. Ja, ein Aluminium, ein Aluminium und was noch und Silizium. Wo bist du? Ich bin im Schiff. Wir sind in der Hütte. In der Hütte und warten auf dich. Ja, ja, ich bin da. Hast du leer ab? Bist du leer, Manu? Nee, leer bin ich nicht. Dann macht er einen Schrank rein. Ich habe ein, äh, was für das Leuchtfeuer dabei. Ist die Frage, ob man da überhaupt überhaupt nicht weiß, ob man da alles wecken, wenn wir alles wegholen, dann brauchen wir da kein Leuchtfeuer, oder? So. So, los geht's. Kann man es sehen, okay. Hier ist der andere Obsidian-Ort, wo ich mich meinen Abbau hingestellt habe. Ja, da habe ich nämlich meinen auch. Genau, das ist die Ecke. Das ist eine komplett andere Ecke. Das war okay. Ist das so schlau? So. Hier. Aber, und das andere, was ich gesehen habe, mit der Höhle, die war hier hinten. Ah, das muss ich gerade gucken. Das muss ich gerade gucken. Da gerade durch, oder? Jetzt muss ich gucken. Moment. Ist das da gerade durch? Ja, ich glaube, warte mal. Ja, hier ist das. Hier ist es, okay. Und zwar ist hier unten drunter. Hier unten drunter ist bestimmt die gelbe Kiste, die goldene. Die ist nämlich echt gut versteckt. Sterbe ich, wenn ich in die Lava gehe? Ja. Ja. Warum nehmt ihr mich zu so gefährlichen Sachen mit? Und warum kommt Manu vor allen Dingen mit? Ja, komm mal zu mir. Wir suchen jetzt die Kiste. Die ist nämlich hier. Also erstmal ist hier noch eine normale Kiste. Und hier unten ist die goldene. Ah. Ah. Und zwar, da. Äh, goldene. Hier ist die goldene Kiste. Da hinten durch. Da hinten durch. Wodurch? Ich möge mich in der Kiste. Hä? Da ist die goldene Kiste. Äh. Ich muss mal hier weg, damit du runter kannst. So duck dich. Wie duck ich mich denn? Äh. Gar nicht. Bin ich da reingekommen? Ah, ich komme da rein, warte. Ja, ich kann sagen. Ich brenne. Ja, sonst ist es aber nur, das ist nur, nur das, mach sie auch schnell und dann. Genau. Warnung von irgendwas, ich weiß nicht, wir haben eine Warnung. Ja, ja, das ist so wahrscheinlich. Esst, esst, esst. Ach, die Nahrung. Okay. Du musst es erst werden. Oh. 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 Mach doch nicht solche Sachen mit mir, Herr im Himmel. Ich sterbe hier vor Angst. Da ist halt die Kiste gewesen, also die goldene. Dann haben wir die bei mir nicht. Da war doch eine blaue, habe ich gesehen, ja, ja. Hier bespricht ja die Frösche, Lava Frösche. Lava Frösche, natürlich. Und wie komme ich jetzt, ich bin, bin ich hier beim Ausgang, ja, ne? Ja, hier musst du jetzt wieder raus. Also da, hier hoch. Ich habe Angst, dass mein scheiß Raketen-Dingsbums nicht funktioniert. Doch, das funktioniert. Ich habe Panik. Wo bist du? Bist du jetzt da raus? Mach doch. Ach so, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, der fliegt nicht. Wieso fliege ich nicht? Ja, ich auch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen bewegt und dann kommt es an der Weg. Und du hängst ein bisschen fest. Oh. Wie geht es denn nun hier? Dein Triebwerk ist defekt. Ja, bei mir ist es noch viel mehr defekt, glaube ich. Ja, wo geht es jetzt an? Ja, jetzt mal hier Obsidian sammeln, oder? Ja. Ja, das ist die falsche Ecke. Ja, das ist die falsche Ecke. Ich weiß nicht, wo es noch geläumt ist, aber da weiß ich gerade nicht wo. Ich habe keine Ahnung, wo und wie und hast du nicht gesehen, ist mir wurscht. Ach, hier ist Obsidian. Ich habe Obsidian gefunden. Äh, genau. Oh, der Regen ist aber auch laut, oder? Ja. Ja. Hier in den Gold, äh, Superlikierung rum. Ja, hier ist auch eine noch. Ich habe das Baustoffer. Er ist echt laut, ne? Der Regen ist. Es tut mir leid für die, für die Dings. Ich finde das aber schön. Philipp hat geschrieben Sauerstoff. Na, Sauerstoff? Aber ich hatte schon. So, da brauchen wir jetzt keinen zu, äh, kein Leuchtfeier zu setzen, gell? Nö. Nö. Wenn alles Obsidian weg ist. Mann, du bist du hier. Ich war eigentlich schon klar. Äh, ich bin, äh, an unserer, äh, an unserem, äh, Haus hier. Rüchchen? Ja, Rüchchen, genau. Ich habe keinen Ansuchen. Äh, eine Runde Sauerstoff, bekannt. Hm. Ich sollte vielleicht nicht hier lang fliegen, oder? Na, nun, was? Ja, vielleicht nicht ganz so, so. Aber wie fliegt man denn außen lang? Was ist hier vor allen Dingen außen? Wo bist du denn? Circa. Ja, flieg mal. Geht weiter. Hier ist es über Lava. Hier ist doch ein einfacher Weg. Ja, also. Guck mal, da, wo du, wenn du jetzt, nach links, nach links. Da noch. Da lang, okay. Du musst du denn wo? Da war's, genau. Ich habe gleich ein Problem, ich habe gleich ein Problem. Nach links, links, links. Gerade aus, genau. Bist du schon fast da? Ja, 370, ich bin gleich, also, ich muss rein. Manu, aus der Tür raus, wir kommen. Ich muss gleich reinsegeln. Ich stehe hier. Jung. Jung. Uff, 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 uff. Wie gehen wir in den Zoo? Ich musste gerade meinen Sauerstoff nehmen. Eigentlich habe ich auch nur noch einen Sauerstoff. Ich habe keinen mehr. Ja. Na wie, wir haben noch eine goldene Statur. Ach, schön. Ja, das ist so eine Sicherheit. Drei Legierungen habe ich. Ich habe eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Und einen so einen goldenen Dingelsamen. Ich habe das nochmal in die Schränke gepackt. Ja, mein Sauerstoff. Ah, da ist Sauerstoff. Ich habe gerade eben einen reingeschmissen. So, habe der bei meinen mit abgeworfen. So, wollen wir dann nach Hause? Ja, würde ich sagen. Also, ich bin voll, ne? Wollte ich nur gesagt, also, voll gedingst. Ich kann noch was mitnehmen. Ah, einen kann ich noch mitnehmen. Warte, hier ist noch was. Hiervon kann ich noch mitnehmen, so. Ah, da. So, wir müssen jetzt da lang. Ja, dann fliegen Sie mal vor. Oder? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß, es ist Lager zuerst hier. Ich weiß, es ist Lager, genau. Hinten habe ich gefunden, zurück ist es schon wieder. Aber mich hat diese, das ist Panik bei mir, ne? Das kenne ich. Diese Panik, dass ich jetzt verbrannt wäre, war, die hat mich ganz konsterniert. Ja, die Kisten ist auch böse versteckt, ne? Hier ist die Höhle, hier ist die Höhle. Nee, doch nicht. Die Kiste ist wirklich, äh... Übelst gut versteckt. Ja. Die andere, äh, muss ich noch mal überlegen. Weiß ich nicht mehr so genau. Na wie? Hä? Nein, eben, dass ich nicht fliegen konnte, war jetzt eben so echt Panik. Das war... Ja, komisch auch, ne? Uff! Das war wahrscheinlich in Eskel. So, weiter geht's. Um den Berg drumherum, genau. Und dann hier so, so. So, 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 ja, genau. So, so, gerade rüber irgendwie. Mhm. Irgendwie. Kopf los und stoßen. Ups! Oder auf die Stadt rüberlaufen, auch gut. Geht auch. So, geradeaus. Da kommt gleich die Höhle irgendwo. Genau. Nein, ein Trina fliegt schon wieder woanders lang. Fliege ich? Ja. Gut. Wo bist du denn? Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich fliege nach Hause. Ach, du fliegst außenrum, ja? Nö, ich fliege oben drüber. Ja. Oder das. Oh, jetzt wird's düster, Kiss. Aber du siehst, wo du hin musst. Na ja. Ja. Ich weiß nicht, was da vor mir ist, aber es wird wahrscheinlich irgendwelche Gemäuer sein. Ich weiß das gar nicht. Ich versuch gerade. Ja, ich weiß, wo ich bin. Ja gut, du hast Sauerstoff zur Not dabei, ne? Wenn du noch eins brauchst. Nö, brauche ich nicht. Ich bin gleich zu Hause. Ja, du bist gleich zu Hause. Bin mal über die Berge geflogen. Du wirst es nicht sogar noch sehen, da. Ja. Ja, ja. Bin über die Berge geflogen. Berge. Aber komm, wir haben ein Kartenmodul. Ich bin so bescheuert, ne? Dazu sage ich jetzt nix, ey. Wir haben jetzt einen Terraforming-Index von 128,10 MTI. Sehr schön. Läuft. Ich werde jetzt erstmal die Steuer austauschen. Wenn da, wenn noch. Oh, Lavi. Lavi, wo bist du? Oben? Bist du oben? Nee, unten, warte. Lavi. Lavi, guck mal da. Warte. Da rauf drücken. Mal. Ja, toll, man. Inventar ist voll. Warte, schmeiß was raus. Ich nimm's mit hoch. Irgendwas rausschmeißen. Okay. Wo kriegen wir den denn noch unter? Den kriegen wir gar nicht mehr unter. Nee, weißt du was? Da machen wir einfach etwas, was mehrfach ist. Weg. Weg, warte mal. Ja, eben. Das sind ja auch ein paar. Die sind ja auch doppelt, ne? Ja. Immer das hier unten. Iridium. Da hab ich da auch rum, oder? Hals. Ach, es geht nicht. Ich muss mich zuerst entleben. Ich hab ja noch einen Schiff. Den werd ich jetzt mal schnell lernen. Mal gucken wir mal, was das war. Eisen, dann wird irgendwo Osten gemacht. Osten und Uran. Okay, dann räum ich mal ein Eisen weg, was ich da gerade hinbauen wollte. Vielleicht brauchst du's noch. Vielleicht brauchst du's noch, weil wir haben viel Obsidian mitgebracht. Oh, Jetpack 3. Oh, neuen Bauplan. Jetpack ist Stufe 3, hab ich gerade. Gleich gucken, was wir brauchen. Äh, Miri. Guck mal. Kannst du mal einen Schrank bei Superlegierung bauen? Superlegierung? Wir brauchen dafür, sag ich euch jetzt, Jetpack, Quatsch, Quatsch, das Ding. Jetpack 3. Bei 3 brauchen wir, ähm, jeweils zwei Schwarzpulver, zwei Osnium und eine Superlegierung. Das geht. Das geht. Also, das ist, äh, Schwarzpulver ist ein bisschen scheiße, aber, obwohl wir haben jetzt nicht dann beide genug Schwefel, glaub ich. Ja, ich bringe mit, äh, Ram, eins und zwei, zwei und vier, fünf und sechs. Zack, 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 zack. Zwei, zwei, drei, vier. Ich hab zwei Raketenköpfe und auch eine Blume und ein Chip. Die Blume ist gut, die kannst du direkt, äh, kann nicht gleich mehr da. Ja, natürlich, ich hab's. Lass mal mal gucken. Das ist hier. Oh, das ist gut, jetzt können wir Platinen abbauen. Oh, ja. Das war Gras. Anu? Ja? Wo soll ich jetzt diese komische, gute Blume, oder ist die jetzt nicht mehr gut? Ich weiß es nicht. Äh, doch, die ist immer noch gut. Hinten, wo die, ähm... Ach, ich hab die jetzt hier reingeschmissen, musst du jetzt... Nee, nicht da, hinten, wo die Algen sind. Ja. Auch noch extra wünschige Lady, ey. So. Vielleicht muss ich jetzt noch alles. Ah! Äh, ja. 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 Ich hab wieder ernten, unbedingt. Welche werden, okay. So. Ja. Ja. So, ich hab doch noch diesen Baum, wo packe ich denn den hin? Ähm... Der könnte es mir geben, wenn du möchtest. Warte, dann packe ich ihn gerade in die Kiste, ja. Bitteschön. Ja. Okay. Ah, das ist doch schon mal was. Das ist doch gut. Ich muss doch glatt mal gucken. Ähm... Das wird zwar noch was dauern. Unserersten Baumstreuer, da. Baumverteiler. Unumero Uno. Aber erst kommt der Nahrungszüchter Stufe 2. Hat den eigentlich einer von euch stehen? Ja. Auf Spielstand, ja? Ja. Wir haben den. Nur. Ich hab tatsächlich... Wir haben ihn da, ja. Ja. Gar nicht. Nahrungszüchter 2, warte mal was. Ja, das dauert aber noch was. Der kommt bei 35 Tonnen. Und danach kommt der erste Baum, äh... Baum, äh... Bums. Was noch da gucken? Muss. Komm mal. Komm mal zu mir. Und ich bin im Biolabor. ja und zwar ja komm mal zu mir hier siehst du das wenn du da drauf drückt dann siehst du das da oben bei 35 und danach wenn du danach ja aber 35 zwei mal drei mal drei und dann steigt das ja auch dementsprechend dann wieder schneller habt ihr platz im inventar beide 5 ist gut ja mal kurz hier einmal bei so und zwei nummer drei das das bitteschön das sind wir um ein vielfaches schneller alles ist cool ich meine es wird auch höher gehen ja genau das und jetzt sind wir alle auf dem selben stadt jeder hat das ding der hat nicht so eine fehlzündung wie der andere kann ich dir nicht garantieren aber so und den abbau wir können nur drei abbauer bauen warum weil wir nur drei mit hand das war es auch eine vierte haben wir keine nein den haben wir noch nicht ja mal erst mal also ich mag sie dann der gas extrahierer kommt erst mit 100 ja mach mal also das ist ja nicht okay also was wir bräuchten den gas extrahierer um methan mit angastischen zu kriegen für die menschen wir brauchen wir haben drei zwei methan kartuschen aber gerade gesammelt brauchen wir für den was war es zerleger konstruktor 2 mit dem können wir nämlich dann diese ganzen leiterplatten abbauen und so und 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 wir haben mit tagtäuschen genau drei stück dann macht ihr euch die doch weil also an der muss auf jeden fall ein haben ja also ich war ja was nein ich brauche gar nichts was ich also da waren doch in dem schiff solche metallflaschen die habe ich gerade gefunden große schaltschränke die so schreck standen da war doch immer das abbauzeichen dran wenn du vorbeigegangen bist das konntest du nicht machen weil du das entsprechende gerät noch nicht hast dafür musste er der zerstörer oder der der dekonstraktor aufgewertet werden stufe zwei dann kannst du diese pcs nenne ich jetzt mal abbauen und da jetzt ich sehe ich aber dazu brauchen wir zeolit haben wir doch oder nicht nicht dass ich wüsste kein ich wüsste auch nicht aber das ist noch was also ein kleines problem wo wir das bekommen das ist zum beispiel in dem in dem schwarz-weiß gebiet genau 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 genau